Italien trifft am heutigen Freitag in der Nations League auf Polen. Spox zeigt, wie ihr das Spiel im TV, Livestream und Live-DK verfolgen könnt. Die Partie zwischen Italien und Polen in der Gruppe 3 der Liga A findet am heutigen Freitag um 20.45 Uhr statt. Austragungsort ist das Renato Dallara in Bologna. Italien gegen Polen heute live im TV und im Livestream sehen das Spiel zwischen Italien und Polen läuft live auf der ZN. Der Streaming-Dienst hat sich die Übertragungsrechte vieler Spiele der UEFA Nations League gesichert. DAZN zeigt darüber hinaus während des Liga-Betriebs auch Spiele aus der Champions League, Europa League, Primera Division, Liga 1 und Serie A. Zudem stehen viele weitere Sportarten wie beispielsweise Boxen, Darts oder die Top-Ligen aus dem US-Sport auf dem Programm. DAZN kostet 9,99 Euro monatlich, der erste Probe-Monat ist gratis. Spox bietet für alle, die das Spiel zwischen Italien und Polen nicht live sehen können, alternativ einen Live-Dicker an. UEFA Nations League Die Gruppe von Italien und Polen Italien und Polen befinden sich in der Liga A der UEFA Nations League und damit in der höchsten der vier Spielklassen. Zusätzlich zu den beiden Nationen wurde Portugal in die Gruppe 3 gelost. In einem Hin- und Rückspiel zwischen den Teams wird der Gruppensieger ermittelt, der mit den anderen drei erstplatzierten der Liga A um den Turniersieg spielt. Wer Platz 2 erreicht, bleibt auch das nächste Mal in der höchsten Spielklasse, während der letzte in Liga B absteigt. Alle Infos zum Modus der Nations League im Detail findet ihr hier. Gruppe Die Spiele vom Freitag Im Überblick Gruppespielbeginn Heimauswärts Austragungsort 320.45 Italien Polen Bologna 220.45 Türkei Russland Trebson 120.45 Albanien Israel Ilbasan 420.45 Litauen Serbien Vilnius 420.45 Rumänien Montenegro Pleuesti 318.00 Aserba Ceng Kosovo Baku 420.45 Faröer Inseln Moldedas Hafen Werbung 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 Untertitelung. BR 2018